hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von der da stehen das gehört zu ihm glaube ich ja doch ja ja so okay so wir müssen jetzt da das noch abreißen und dann das andere das viertel sie kriegen wir hoffentlich denke ich doch hoffentlich fehlen uns die steile nicht hier jetzt runterfallen ich kann mal so ein paar wieder einsammeln und fall dann gleich runter ach den hätte ich nicht wirklich ach jetzt habe ich da wieder einen weggekloppt den ich hätte gar nicht wegklappen müssen bei einem von vieren muss ich doch richtig machen ich glaube ja bauern den schwindeln der höhe das war sogar richtig jetzt glaube ich ich habe kurz gezögert habe gedacht hast du jetzt ein zu viel gesetzen was ja gar nicht schlimm wäre also jetzt habe ich aber das war ich hoffe die steine reichen nein da lagen auch welche also springen wir hier runter ob ja so ja einmal drüber rum so alter was soll das denn du bist ein ganz schön unfreundlichen einer so ich muss jetzt wieder da auch ich muss wieder da auch ich muss wieder da auch und zwar am besten mit dreck weil das ist ja jetzt nicht das größte problem muss man ja ganz klar sagen so nein nein so 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 und so und dann so der war falsch der da so 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 und so und zack 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 perfekt drei von vier silos fertig ich wollte nicht runter runter schon aber ich wollte mit dem dirt aufzug runter so war drunter geplumpst hier war doch drunter geplumpst oder nicht in rein da hat es plopp gemacht okay wie sieht es denn innen aus jetzt ja ich tendiere dazu da in die ecken noch jeweils eins zu setzen oder so aber muss nicht ok das hier wird ein bisschen strange glaube ich da war ein hicks die reichen wir brauchen ja die ecken noch gut dass ich vorher erkannt habe reichen die denn ja die müssen wo haben sie drin aber so da drin ich habe da noch in der tasche ich könnte zwar wetten dass es reicht aber ich mache trotzdem noch diesen einfach nur weil so auf nummer sich schon wieder kohlen haben weil die bauarbeiten aber auch anstrengend dann hier hoch zack zack hat wird schon wieder ja war so du kannst du so weg das ist klar ihnen kann weg und du weg und zu 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 okay alles gut kriegen wir da komme ich für zu sehr auseinander ich war jetzt gerade überlegen ob wir das dach hinkriegen ohne hat die mauer da drum herum steht aber das ist mir doch wenn zu es wäre herausforderung nein das war jetzt zu viel nein der war ja wieder der war war wieder der war wieder top hingekriegt hop da haben wir das wieder geschafft auch verdammt 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 der wärst ne ja guter blatt durch tatsächlich ich habe jetzt schon schreck gekriegt weil er nur fünf nachgelegt hat aber alles gut alles gut dann sieht er aus als würde man hat in dieser folge hinkriegen so wenn ich nicht noch wieder runter falle oder sonst irgendetwas passiert man weiß ja nie so recht immerhin ist hier haben ja bauen da ist alles möglich konzentration konzentration da drauf da drauf da drauf da drauf und wo ist der glas hin die silo stehen damit wären wir dann so weit dass ich nicht mehr weiter weiß ich habe eine coole aussicht von hier aber pool noch ok es ist schön es ist schön hier ok ja das passt schon das passt schon alles ist alles so ok dass die bäume da so dran stehen ist auch hoch auch cool ja ich wollte hier runter der ist so ein bisschen um sie herum gewachsen das hat doch was was ist denn mit dem anderen geworden die wir so rasieren mussten ja der ist natürlich nicht mehr ganz so schick sollte man vielleicht noch ein paar blätter dran platschen oder so und hier sollte man vielleicht noch so ein bisschen erde daran setzen ob vierte 1 also wirklich war der ja noch erde oder man sieht man nix da darf er so nicht sein das ist man ja so ja warum nicht vielleicht doch so der weg geht ja so ja warum ist hier die tür auf warum ist hier die tür auf ja ich würde sagen sehr gut vielleicht noch mit bogen noch hier so dazwischen mal so ein poppen docken setzen poppen docken ja mal hier so einfach mal da bäms und hier auch noch mal da bäms und hier ja da sollte man vielleicht warten bis das hier so gewachsen ist oder so aber auch kommen alles gut zack ist glaube ich jetzt teilweise ein bisschen viel aber kann man wieder weg sehr schön gefällt mir gefällt mir ich weiß nicht was ihr dazu sagt so aber ne werde ich ja noch erfahren glaube ich da muss noch mal schauen der grundgedanke ist dass der weg hier da noch ums haus rum geht die treffen sich also wieder und dann soll hier noch alter was ist das spinnenarmee spinnenarmee ja gibt mir ruhig schön eure eure fäden hier den weg noch so rum keine ahnung nicht direkt am haus lang oder so das weiß ich noch nicht und dann müssen wir mal gucken vom haus aus von drinnen aus wenn wir hier die wand auch gemacht haben ist da ja ein fenster können wir von drinnen aus gut beurteilen hoffe ich hoffe ich denke ich soll hier noch eine pferde koppel hin das haben wir ja schon mal gesagt wie wir die gemacht haben und ich denke an so einen reitstall so wie nennt sich das ist an einem pferdestall über dran noch so eine so eine indoor reitdingendings bekündigt gedöns aber das weiß ich auch noch nicht hier können wir mal füttern noch ich fütter aber nur zwei von euch so dich und ich war sehr schön und bei der nächsten ladung geht es mit der inzucht los aber naja na ja na ja na ja na ja ich schlafe auch bei euch mädels so bis morgen